Mein Name ist Marion Kallis, ich lebe hier am Maler Kunststern mit. Ich freue mich, dass ein Bild von mir mit in der Ausstellung ist. Das ist aus meiner Karosch-Serie. Ich freue mich deswegen, weil eine hochkarächtige Jury von Pfeilfarm-Brasilien, von Zeitrücken usw. ballastriert wurde. Meine Karosch-Serie wurde erst vor ein paar Tagen in Stockholm im Rahmen des Stockholm Fringe Festivals gezeigt. Ich war dabei mit 30 Bildern vertreten, auch eine große Ehre für mich. Und ich wurde gesponsert von der Deutschen Botschaft in Stockholm und vom Ministerium für, das nennt sich Familie, Kultur usw. Also ohne dem wäre das gar nicht möglich gewesen, weil das schon immer ein finanzieller Aufwand ist, so ein Projekt zu realisieren. Und wie gesagt, nicht gibt es das seit 2015 am Markt. Mein erster Auftritt hatte ich in der Schweiz. Ich wollte das Ganze nochmal etwas von rückwärts machen. Ich bin das auch nicht gewohnt, ein Interview zu führen. Aber vielleicht bekomme ich ja dann von Profis hinter der Kamera ein paar Tipps und Tricks, was man so sagt. Okay.